Herrlicher Sonnenschein, oder? Die Sonne brutzelt. Die Sonne brutzelt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Jan, kennt ihr aus dem letzten Video. Und wir waren ja am Nürburgring und in den Kommentaren habe ich gelesen, dass ihr tatsächlich das Video sehen wollt. Also, habe ich es für euch geschnitten. Und wie ihr in dem Video seht, haben wir mehrere Kameras im Auto gehabt, mehrere Perspektiven. Ich habe mich dann entschlossen, überwiegend aus dem Fahrzeug raus diese Perspektive zu nehmen. Ich glaube, das ist die beste. Da seht ihr am meisten, da seht ihr auch die Geschwindigkeit, den Tacho. Der Porsche Taycan hat ja ein Beifahrer-Display und ich würde sagen, wir sammeln nicht so viel, sondern erst mal ab, oder? Auf geht's. Auf geht's. Jan, das ist jetzt Kaffeefahrt. Das ist eine zügige Kaffeefahrt, aber so richtig langsam können wir nicht machen. Aber es ist echt doch fiese Bedingungen. Es ist stellenweise trocken, stellenweise nass. Es regnet ein bisschen. Ja, und auch fast nass. Ja. Und halt im nassen ist die Ideallinie ultraglatt, weil da die ganze Reifenabriebe ist. Ja, klar. Das finde ich super flutschig. Also fährt man im nassen eine andere. Mhm. Bisschen umständlicherer. Ja, ist nass. Blätter ist auch noch dabei. Jetzt merkst du schnell, wer es kann. Boah, ja. Hier meine ich den Diesel-Fink. Ja, genau. Jetzt müssen wir außen bleiben, weil innen ist glatt. Ist aber auch nur stellenweise nass, ne? Das ist ganz schön schnell, der vegan. Ja. Hier ist die alte Tribünenanlage. Ja, genau. Hier ist diese T13. Ich möchte jetzt auch nicht vorbeilassen. Ja. 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 Da muss keiner irgendwie entwarten müssen. Du hast ja schon mal. Ne, dürfen nicht. Ist jetzt ein bisschen glatt. Das geht. Gut, langsam genug. Ja. 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 Ich kann das noch auflösen und nachgedacht. Ja. 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 Das ist das Blöde, muss man eigentlich rechts fahren, weil links ist glatt. Das ist ja der nächste da in Korea. Schade, dass es so nass ist. Es wird alles viel spektakulärer am Trocknen. Das ist schon spektakulär genug. Ja? Weißt du, dass wir dann immer eine Kranen machen müssen? Mhm. Vieles musst du ja sagen, ne? Ja, alles gut. Ja. Kein Problem. Also, ich frage es doch für euch, nicht für mich. Ja. Das ist krass, das sagt Bescheid. Okay, zum Beispiel musst du ganz langsam sein, aber hier ist der Sprung sehr glatt. Pass auf, wenn ich jetzt eine Warte einlenke. Ja, ja. Das ist ja gut. Ich bin jetzt wohl. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Es sieht manchmal ein bisschen komisch aus, dass man so fährt, aber hier ist es halt nicht glatt, draußen ist sehr glatt auf der DDR-Linie, deswegen fährt man manchmal so komisch über die Linien. Und jetzt gleich kommt Adenau, also Breitscheid hier unten, und ab da ist es die Hölle. Schlechteste Stelle, um einzuschlagen, übrigens, der Stahlbeton. Das passt jetzt aber, glaube ich, gerade nicht. Der Dinos ist gerade so rum, die kommen würde fahren, der BMW. Das ist jetzt die Stelle, die ich meinte, wo die meisten Leute irgendwann sagen, okay, mach locker. Bei dem Trocknen fährt man die komplett mit Vollgas die ganze Zeit. Das ist aber nass. Auch hier fährt man Vollgas. Das ist die Motkurve. Heute haben wir nicht so viel Mut. Ist ja krass, dass es hochgeht und man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist außen trocken sogar. Perfekt. Jetzt kommt das Chaos her. Jetzt kommt das Chaos her. Aber das müssen wir auf der nassen Seite anders anfahren. Jetzt fliegen wir daraus. Da muss man ja mal trauen. Boah! Hohohoho! Das ist ganz schön steil, oder? Das ist wirklich mit der Maus. Das kann doch gleich das Brötchen, wie ihr geguckt habt. Hast du hier bestanden wir vor Ende? Nein, noch nicht. Aber gleich kommt das. Hier ist dieser Wippermann. Da fährt man eigentlich über den Körb drüber rechts. Wir können es langsam machen. Das ist glatt. Aber langsam geht. Genau. Jetzt nach der Linkskurve kommt das Brötchen. Ah ja, da stehen sie schon alle in den Kameras. Da stehen wir auch vorher. Genau. Und hier wollten wir ja noch. Hier wird ja meistens gefilmt, weil die Leute hier Maus driften. Hat doch einer gemacht, die ist nämlich alles von der Schwarzland gestrieben. Das ist die Highscope jetzt. Die heißt auch nicht umsonst so. Die ist sauglatt. Hier versetzt den. Hier hebt man ein bisschen ab, aber es ist leider zu nass, um das richtig zu machen. Hier sterben wir vor allem mit dem AMG Tunnel. Ja genau, hier wird der AMG reingelassen. Sehr ruhig. Teilweise die Hallinie trocken. Warte mal. Ist das trocken, oder? Ja. Ja. Haben sie kleine Karussellen, oder ist das, wo man das Füßchen so anhebt? Nein, keine Karussellen. Wenn man eigentlich so anfällt, weil sie dann nicht als Fälle so halten. Ist das nass? Ich will. Ich will. Glocken. Das ist die starre Zieger. Ja. Das war's. Oh Gott. Das ist ja verrückt. Könnt ihr entscheiden, ob wir einfach noch weiterfahren, Pause machen, oder? Also kurz Pause. Schaden, glaube ich. Ich glaube, ich habe mal kurz. Herzgesund. So, Jan. Da braucht erst mal einen Schluck Sprite, oder? Hm? Ah, danach konnte ich aber auch erst mal nichts trinken, weil mir das sonst rausgekommen wäre. Ich weiß. Du warst ja sehr, sehr sprachlos. Mhm. War ja auch ein bisschen unvorbereitet, dich gleich so auf dem Beifahrersitz nach dem Auto Yippie. Ja. Und Christian hat die Kuh ja auch ein bisschen fliegen lassen, obwohl es nass war, was unser Glück war. Ähm, wenn das trocken ist, kann man mit dem Taycan noch ca. anderthalb bis zwei Minuten sparen auf der Runde. Dann hätte er die Kuh richtig zum Fliegen. Gute zwei Minuten könnte man noch rausholen. Genau. Tja, was sagt ihr? Taycan auf der Nordschleife. Also ich fand es beeindruckend. Irre. Was da so möglich ist. Fahrwerkstechnisch. Bremsentechnisch. Hat auch viel mit dem Fahrer natürlich zu tun. Christian kann das. Lieben Dank, Christian, an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. Dass du das mit uns gemacht hast. Und wir kommen wieder. Also ganz bestimmt. Ja. Aber es hat sich ja ein bisschen was verändert. Denn bis jetzt hast du immer an deiner Fahrschule ein bisschen gedoktert. Jetzt sehe ich dich woanders. Wenn ich mal auf deinem Bildschirm gucke, was ist los? Ähm, ja, also das Interesse an den Nürburgring ist nach der Tour auf jeden Fall geweckt. Aha. Ich fand es sehr... Also man muss sagen, ich war echt sprachlos danach. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das so für mich zu verarbeiten. Und habe gemerkt, dass mir das auch sehr doll gefallen hat. Mhm. Und ich habe da große Interesse jetzt dran gefunden. Also wenn ich bei ihm auf dem Bildschirm gucke, sehe ich jetzt immer, entweder versucht er die Streckenabschnitte auswendig zu lernen. Auf der Playstation fährst du das ja mittlerweile. Ja. Und das sind über 70 Kurven. Und die so die Reihenfolge zu haben, welche Kurve ist was, was kommt nach welcher. Denn teilweise sieht man ja, wenn man auf die Kurve zufährt und um die Kurve rum, sieht man gar nicht, wie es weitergeht. Man könnte 200 drauf bleiben oder man müsste auf 80 runter. Den Unterschied muss man schon kennen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du mit 200 da entlang fährst und ich weiß, was als nächstes kommt, ist ja schon echt hart. Und es war auch spannend, diese Kurven, ich sage mal Adenauer Force ist das glaube ich, und Brünchen, diese beiden Stellen zu sehen, die man immer in den YouTube-Videos sieht, wo die Leute rauskriegen und man denkt immer, sind die bescheuert, aber das ist so schwierig. Es ist auch so schwierig. Und man unterschätzt es auch. Du unterschätzt es völlig. Ja. Also man denkt sich im Video, wie kann jemand in so eine Kurve mit 180 reinfahren. Ja. Und wenn du reinfährst, denkst du dir, da geht noch was. Ja. Aber du weißt ganz genau, eigentlich geht nichts mehr. Ja. Also es ist schon irre spannend, man muss das alles kennen. Jan übt jetzt gerade, nicht nur für den Führerschein, sondern auch für die Abfolge. Wir reden über ein Track-Tool. Irgendwas preiswertes, aber so preiswertes sind die alle gar nicht. Und für uns ist das natürlich auch eine Ecke weg. Das sind, wie ihr in dem Video gesehen habt, 500 Kilometer. 5 Stunden. Wie man dann mit so einem Track-Tool da runter orgeln müsste. Das ist alles schon sehr weit. Also wenn man da wohnen würde, dann wäre das sicherlich ein Thema. Sinnvoll. Ja. Wie war denn euer Eindruck von der Nürburgringrunde? Was sagt ihr dazu? Kann man sowas mal machen? Ja, nicht? Ich glaube Elektromobilität und Motorsport, das schließt sich an der Stelle nicht aus. Also ich glaube für jeden, der Motorsport mag, ist das was, was man gemacht haben sollte. Angeguckt haben, vielleicht auch drauf gefahren haben, aber auch die Autos, die da vorbeifahren. Das ist irre. Also für jeden, der sich dafür interessiert, ist das auf jeden Fall was. Ja. Und wie gesagt Elektro kommt. Ich habe einige Elektroautos dort gesehen. Einige bauen sich ein Tesla Model 3 um. Also alles leer, Käfig rein. Bessere Bremsen. Andere Bremsen drunter. Und dann, leider kann man ja an der Leistung nicht so viel schrauben, wie bei den Benzinern. Da geht das dann relativ einfach. Gut. Tja. Auf diesem Kanal geht es weiter mit Elektromobilität. Und die Jan seht ihr mit Sicherheit auch mal wieder. Schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat und ob ihr Jan mal wieder sehen wollt. Im Video dann machen wir wieder was. Also. Vater und Sohn. In diesem Sinne. Schöne Tour. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Auf bald im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.